hallo und herzlich willkommen im wald habe gedacht ich habe mich mal ganz entspannt hier in die gegend und wir quatschen eine runde über waldbrand so ein paar allgemeine dinge dazu wie wahrscheinlich ist das in deutschland was haben wir hier an waldbränden wird das zunehmen wird das abnehmen wie ist da die entwicklung wozu ist so ein waldbrand überhaupt gut und was sind denn da so die ursachen wenn es bei uns mal brennt so irgendwie in die richtung habe ich mir das gedacht das ganze ganze entspannt einen großartigen plan habe ich nicht ich habe hier nur einen zettel damit ich mir ein paar zahlen habe aufschreiben können weil das könnte vielleicht doch ganz interessant sein hat der ein oder andere wird ja wissen wollen wie oft gibt es denn einen waldbrand wo gibt es einen waldbrand von welchen faktoren hängt das ab und so weiter und so fort und das versuche ich jetzt mal so ein kleines bisschen aufzuschlüsseln ja und damit legen wir dann auch los so zunächst mal muss man ja wissen so ein waldbrand ist ja eigentlich in vielen ökosystemen durchaus was was vorgesehen ist von der natur das hat so zwecke die verjüngung von bestimmten pflanzen zu fördern beispiel der allseits beliebte mammut baum also redwood der ganz große die dinge aus kalifornien sequoia dendron giganteum wer es genau wissen möchte der zum beispiel ist für seine verbreitung seine vermehrung auf feuer angewiesen das funktioniert nämlich nur so dass diese sehr harten zapfen die der theoretisch hat nur dann aufgehen wenn drunter das feuer brennt die hitze hoch steigt und dann durch die hitze quasi die zapfen ein hitzesignal bekommen dann öffnen sie sich langsam und nur dann kommen überhaupt die samen aus den zapfen hervor und fallen runter die samen sind dann ja beziehungsweise die sämlinge sind so genannte rohbodenkeimer die keimen dann besonders gut und sind darauf spezialisiert das eben auch so zu tun auf blanker erde wo quasi sämtliche biomasse die da vorher war zu asche verbrannt ist also dass der ganze boden in manchen wäldern insbesondere in nadelwäldern weggebrannt wird ist eben gar nicht so sehr was besonderes auch in australien hat es immer buschbrände dann gegeben das ist was anderes als ein waldbrand und wird vermutlich auch immer geben solange es da noch irgendwelche vegetation gibt zumindest das bleibt abzuwarten wie lange das noch der fall sein wird das ist also auch durchaus was natürliches und auch da gibt es wieder viele bäume die sich dann speziell gern an feuer angepasst haben gibt es verschiedene möglichkeiten wie man einen waldbrand als baum übersteht entweder man hat zum beispiel eine dicke borke es gibt auch bäume die haben eine richtige ja abbrennende schutzschicht aus haaren könnte man sagen also so eine art sieht aus ein bisschen aus wie grasshalme die isolieren quasi den stamm nach außen das ganze brennt dann ab und bildet dann eine asche schicht die dann den eigentlichen stamm wiederum ganz gut isoliert und vor weiterem feuer beschützt also das sind jetzt nur so zwei anpassungen an feuer da gibt es noch ein haufen mehr für was ist denn das noch wichtig in vielen steppenlandschaften und ähnlichem dient vorher auch dazu dass man einfach mal wieder sozusagen die vegetation auf null heruntersetzt das ist auch eben wirklich vorgesehen von der natur was an toter biomasse da ist und kann in so und in so einem trockenen lebensraum nicht schnell umgesetzt werden kann weil für mikrobielle umsetzung braucht man ja wasser akkumuliert sich dann immer mehr es damit sich immer mehr so trockene tote biomasse an mit der die einzelnen pflanzen die dann noch gerne wachsen wollen auch nichts anfangen können weil wie gesagt das lässt sich einfach nicht zu nährstoffen wieder umsetzen und dann könnte man jetzt so leicht esoterisch angehaucht sagen legt dann halt irgendwann die natur den schalter um und setzt das ganze mal wieder zurück auf anfangen indem es dann halt einfach mal brennt das setzt biomasse dann natürlich sehr wohl um es brennt alles weg der ganze kohlenstoff wird verbraucht aber die ganzen mineralien und wertvollen salze die die pflanzen vor allen dingen zum wachstum brauchen diese auch nicht aus der luft holen können wie eben den kohlenstoff die liegen dann in form von asche konzentriert vor und es ist jetzt wieder wunderbare wachstumsbedingungen für die nächste generation an pflanzen nicht unbedingt wald gibt es wie gesagt eben auch in steppen das sind nur so mal so ein paar allgemeine worte zu sinn und zweck des feuers in der natur da wo es das regelmäßig gibt und jetzt sollte man vielleicht noch klären wodurch kann denn so ein brand überhaupt entstehen so ein natürlicher natürlicher ursache das häufigste ist wahrscheinlich man weiß es nicht so genau weil es steht selten jemand daneben wenn es irgendwo anfängt zu brennen im wald aber man geht davon aus dass das häufigste wohl wirklich der blitz sein wird trifft ein einzelbaum der fängt feuer und das breitet sich dann vom stamm des baumes auf meistens dann eben die bodenvegetation sofern welche da ist aus und die brennt dann kreisförmig vom baum weg und zündet halt den rest vom wald theoretisch dann auch noch an wenn es dann überhaupt zu so einem vollbrand kommt meistens die meisten brände muss man sagen sind so ganz kleinflächige einzelgeschichten das breitet sich ein kleines bisschen über den boden vielleicht noch aus gerade insbesondere nach so einem blitzschlag aber dann ist auch wieder vorbei nächste natürliche ursache in der häufigkeit ist schon ein bisschen ein spezialfall und wird jetzt in der regel irgendwie nicht einfallen wenn man daran denkt was könnte denn ein waldbrand verursachen ein vulkan ausbruch denn wenn irgendwelche wälder in der nähe des vulkans sind ist die chance dass diese dann anfangen zu brennen insbesondere wenn zum beispiel die lava durch fließt durchaus relativ hoch und ja man hat auf diesem wege ja auch schon die berühmten versteinerten bäume gefunden eine mögliche ursache wie das passieren kann ist dass die dann halt eben quasi von der lava eingeschlossen werden natürlich auch oberflächlich anfangen zu brennen aber gar nicht erst ganz abbrennen können weil unter dem luftabschluss in der lava drin ist dann schluss und dann versteinern sie nach und nach unter dementsprechend hohen druck und kommen dann vielleicht eines tages durch irgendwelche umwandlungsprozesse umwalzungsprozesse platten tektonik und weitere geologische prozesse irgendwann wieder zum vorschein wie gesagt eine möglichkeit dass es versteiertes holz geben kann das ist dann so richtig schön kristallisiert ich weiß nicht inwiefern die ganzen hintergrundgeräusche stören die ihr so hören könnt ich hoffe ihr hört nur die vögel und nicht diesen laufenden motor da hinten irgendwo und mal wieder ein flugzeug natürlich jedenfalls steinschlag wäre eine weitere möglichkeit wie ein feuer natürlicherweise entstehen kann sprich ein mehr oder weniger großer stein fällt irgendwo runter beim aufprall gibt es einen funken dass der stein also quasi auf einen anderen stein fällt und beide zusammen funken so versucht ja auch der ein oder anderen bush grafter vorher zu machen was glaube ich wirklich eine der höchsten künste ist die man da beherrschen kann aber eben es kann sein dass dadurch ein funken entsteht und wenn wahnsinnig viele zufälle zusammenkommen kann dieser funken ausreichend um ein kleines feuer zu erzeugen was ich dann und da wirklich super super seltenen umständen zu einem großen waldbrand entwickeln kann also nur theoretisch aber über jahrmillionen die es halt eben den planeten schon gibt kann sowas durchaus mal vorkommen ja und die letzte natürliche ursache für einen waldbrand könnte eine selbstentzündung vom humus sein also humus habe ich schon mal in diversen videos erklärt ist ja totes pflanzen und tiermaterial also ein gestorbenes tier ein reh von mir aus das langsam verwest wird auch zu humus genau so ein bush grafter also wir alle sind quasi humus der noch rumläuft wenn man so möchte und dieser humus der ist von der farbe her oft relativ dunkel und dann kann es vorkommen dass wenn er eine punktierte starke sonneneinstrahlung abbekommt er oberflächentemperaturen von bis zu 70 grad erreicht und in so einem szenario mag es tatsächlich dann mal passieren dass irgendeine ganz feine faserige struktur also quasi zunder der darum liegt wenn man so möchte feuer fängt und sich dann dadurch ein waldbrand entwickelt das ist vielleicht eine gar nicht so unrealistisches szenario weil hohe temperaturen haben wir relativ häufig und wenn sich dann eine flamme entwickelt dann sind die bedingungen ohnehin so dass es so wahnsinnig trocken ist und der ganze umgebende humus abgesehen von dem punkt wo sich die flamme entwickelt auch so wahnsinnig trocken und auch schon sehr warm ist dass ich das ganze relativ leicht dann auch ausbreiten kann dieses feuer ja das wären die natürlichen ursachen gewesen so das häufigste feuer dass wir dann natürlichen ursprungs im walde haben ist ein sogenannter einzel also so genanntes einzelbaumfeuer oder ein einzelbaum brand das heißt ein stamm brennt ein bisschen weil der blitz eingeschlagen hat geht häufig gerade in einem laubmischwald von alleine relativ bald wieder aus und kann keine anderen bäume anzünden weil eine laubbaumkrone kaum brennt also von krone zu krone ausbreiten schwierig versucht mal ein frisches laubblatt anzuzünden das werdet ihr kaum hinbekommen die brennen miserabel einfach mal selber ausprobieren dann kann man das ganz gut nachvollziehen und in einem geschlossenen laubwald haben wir auch keine großartige bodenvegetation insbesondere keine großartig trockene bodenvegetation wenn überhaupt dann haben wir eine sehr dünne laubschicht die theoretisch brennbar ist aber auch da würde ich euch empfehlen versucht mal so die oberste laubschicht in einem laubwald was am boden liegt anzuzünden das brennt auch überhaupt nicht gut also feuer im laubwald natürlicher art und weise sehr unwahrscheinlich manche kollegen sind auch der meinung das gibt es überhaupt nicht und kann eigentlich nur dann entstehen wenn irgendjemand mutwillig den wald anzündet gut dann haben wir das sogenannte bodenfeuer das wäre dann also quasi wenn der humus beziehungsweise die krautigen pflanzen die sich direkt am boden befinden nur brennen nur sage ich dazu weil es gibt dann auch noch das kronenfeuer da fängt dann die fangen die baumkronen auch noch an zu brennen quasi sekundär von der hitze von dem bodenfeuer es gibt selten erst ein kronenfeuer und dann ein bodenfeuer in der regel ist es immer so erst brennt der boden dann brennt es oben kleine anekdote zum löschen es reicht in der regel in unseren welt dann auch aus wenn man quasi am boden das feuer löscht dann würden die kronen von alleine auf zu brennen wenn die hitzezufuhr von unten quasi aus bleibt beziehungsweise der brand ist wieder vorbei jetzt muss der hubschrauber natürlich direkt über mich drüber fliegen der brand ist also sollte ich irgendwann mal sagen wir 20.000 abonnenten haben was ich bezweifle dann machen wir eine spendenaktion wenn braucht eine flak aua jetzt habe ich mich in maroni gehockt das tut weh so ich habe es schon wieder keine ahnung wo ich stehen geblieben bin und dann gibt es natürlich noch den vollbrand da brennt einfach alles da brennt der komplette baum quasi von oben bis unten lichterloh das sind dann diese schönen bilder die man sehen kann wenn es in amerika mal wieder brennt regelmäßig jedes jahr ist das ja der fall wo die feuerwehrmänner wirklich war so einen gewissen heldenstatus haben müssen um da irgendwie gegen das feuer anzukommen was auch wunderbar lebensgefährlich ist so was haben wir in deutschland kaum wenn ich also im folgenden von waldbränden spreche dann sind das meistens boden trende die noch nicht mal nennenswerten forstwirtschaftlichen schaden anrichten ja also sie richten schon einen an aber es hält sich vergleichsweise wirklich sehr in grenzen ganz selten mal noch ein bisschen kronenfeuer und ein vollbrand ist bei uns wirklich was ganz ganz selten ist das nur ja ganz vereinzelt in der geschichte mal vorgekommen ist zumindest hat man wieder so gesagt wer das besser weiß möge mich korrigieren gut jetzt wollte ich einfach mal einen kleinen überblick darüber geben in welchem monat ist denn bisher so statistisch am meisten gebrannt habt ihr werdet euch denken können dass im winter nicht allzu viel los gewesen ist januar februar brennt also quasi gar nicht im walde ist jedenfalls nichts nachgewiesen 0,0 hektar an brandflächen januar sowohl sowohl im januar als auch im februar im märz geht es dann schon los da haben wir hier jetzt mal das sind so ganz grobe durchschnittswerte also bitte nicht darauf festnageln damit ihr so grob eine einordnung habt da haben wir so 15 hektar im märz was es so mal brennen könnte im jahr über deutschland verteilt im april sind schon deutlich mehr das sind so 45 hektar liegt daran dass der april teilweise dann schon relativ trocken sein kann mal in einzelnen jahren und dann ist es durchaus möglich da schon erste brände entstehen können gerade weil eben noch nicht so wirklich richtig der saft in der vegetation drin ist in anführungszeichen das kann eine rolle spielen bei der waldbrandgefahrenstufensortierung auf die komme ich später auch noch mal ein bisschen zu sprechen spielt auch das eine rolle wenn die vegetation komplett da steht quasi im saft ist das weniger gefährlich als wenn sie es erst noch entwickeln muss und noch altes trocken das material aus dem vorjahr sozusagen noch rumliegt dann ist im mai relativ wenig los da sind es nur 16,7 hektar brandfläche im juni nimmt schon erheblich zu muss man sagen dann wieder auf 43,8 also das ist so quasi stand wie im april und dann geht's joos im juli ist so der monat in dem es mit abstand am meisten brennt mit gewaltigen abstand so über die langjährigen mittel der vergangenheit eben das mag sich in zukunft alles ändern klimawandel und so weiter wisst ihr ja nämlich 376,4 hektar fläche waldbrand haben wir jetzt hier in unserem statistischen durchschnittsjahr allein im juli im august ist es dann schon wieder viel 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 weniger 14,5 hektar im september sind es nur noch lasst mal gucken 8,7 hektar und im oktober quasi nicht mehr 0,3 also so gut wie nix und dann im november und dezember wieder null also im winter nix oktober bis februar kann man also sagen ist das waldbrandrisiko quasi wirklich zu vernachlässigen da den wald anzuzünden selbst in regionen in denen enorme hohe waldbrandrisiken von der vegetation her herrschen ist das sehr 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 unwahrscheinlich gut also das war jetzt nur so mal ein bisschen die monate wir gehen nachher noch auf die einzelnen bundeswändler und regionen ein in denen es besonders viel brennt jetzt muss man noch folgendes wissen wichtig ist für die frage ob ein wald brennt oder nicht zunächst mal aus welcher hauptbaumart sich dieser wald zusammensetzt das ist erstens deswegen wichtig weil die baumarten ja verschiedene beschattungsgrade haben für den boden in anführungszeichen nicht dass es wenn es schattig ist schlechter brennt vielleicht auch ein bisschen aber darauf kommt es nicht an sondern wenn es schattig ist dann gibt es überhaupt keine bodenvegetation also der klassische deutsche buchenwald unespo weltnaturerbe übrigens der hat so gut wie keine bodenvegetation gilt deshalb als unbrennbar weil da gar nichts ist was man anzünden könnte und an einen gesunden buchenstamm einfach mal anzünden geht auch nicht da bräuchte man schon napalm oder mindestens einen flammenwerfer wenn man so einen vernünftigen gesunden buchenstamm zum brennen kriegen wollte oder man schichtet halt einen riesigen auf scheiterhaufen quasi um die buche auf aber ja also nur mit riesigem aufwand machbar mit benzin geht es vielleicht auch noch mal einfacher was weiß ich so sehr hobby püromane bin ich dann auch wieder nicht unter normalen bedingungen also als feierstil strikender bushcrafter kann man das vergessen in einem normalen buchenwald das gleiche gilt von laubmischwald also es muss nicht zwingend buche sein ein schöner relativ vitaler eichenwald mit einzelnen buchen oder auch ein völliger mischwald mit allen möglichen laubbaumarten und hier und da auch mal nadelbaum drin sowas ist wirklich quasi nicht anzündbar und brennt tatsächlich statistisch gesehen auch mit abstand am aller 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 wenigsten kommen wir gleich noch dazu was brennt sind vom standort her erstens mal nährstoffarm also meistens irgendwelche sandböden zweites kriterium arm sand trocken sand ist fast immer trocken weil sand die eigenschaft hat wenn es da rein regnet haben die ganzen sandkörnchen zwischen den einzelnen körnchen vergleichsweise große poren heißt das wasser kann relativ schnell durch den sandhaufen auf dem unser wald steht durch rinnen und ist dann auch relativ schnell im grundwasser angekommen das hat auch durchaus vorteile ist aber schlecht für die wasserversorgung vom wald weil was dann halt an regen runter kommt ist relativ schnell aus dem system wald wieder draußen und landet per grundwasser wieder im meer letztendlich deshalb sind sandböden immer fast immer ziemlich trocken ausnahme natürlich direkt an der küste wo es wirklich so viel und so oft regnet dass obwohl sandboden trotzdem nass oder anstehendes wasser von unten dass das grundwasser also sehr hoch steht weil wir uns in irgendeiner senke befinden und ähnlichem dann ist auch trotz sandboden natürlich mit einer hohen feuchtigkeit zu rechnen ganz oft steht dann auf so einem sandboden auch eine vegetation die eine sehr grobe leicht austrocknende langsam verrottende humus schicht bildet insbesondere nadelbaumstreu braucht relativ lange bis sie verrottet ist und wenn es dann dazu noch trocken ist ich hatte es ja eingangs schon erwähnt können die kleinen bakterien und pilze die normalerweise für die zersetzung von dem ganzen material was der baum auf den boden schmeißt zuständig sind nur sehr sehr schlecht arbeiten es akkumuliert sich biomasse die trocknet dann auch noch sehr schnell aus zusätzlich sind die baumarten die auf sowas leben können um es jetzt mal kurz beim namen zu nennen wir sprechen im wesentlichen von kiefer also 80 prozent der wälder die brennen sind kiefernwälder ungefähr habe ich jetzt nicht wirklich eine exakte zahl zu aber man kann schon davon ausgehen dass das ungefähr hinkommt und diese kiefernstreu das dauert bis die sich eben zersetzt und es kiefer ist auch sehr licht habt ihr meine kiefern krone gesehen das sind so kleine vergleichsweise kleine büschelchen ne wenn ihr das nicht gesehen habt guckt euch mein kiefernvideo an ich persönlich finde kiefern zwar sehr schön aber viel schatten werfen die halt nicht auf den boden deshalb kann sich erstens viel sonne auf den boden begeben wenn man so möchte eben die streu sehr gut austrocknen das zeug brennt dann gut gleichzeitig mit dem vielen licht was am boden ankommt wachsen da auch viele pflanzen die an trockenheit angepasst sind in folge dessen sehr trockenresistente dann auch wenig wasser enthalten des laub ausbilden viele dünne kleine halmchen landreitgras wäre es zum beispiel mal so um mal irgendwas genannt zu haben auch heidekraut wenn es älter ist kann sehr schnell brennen weil es auch viele kleine verästelte stämmchen bildet was auch alles sehr schnell austrocknen kann und das gibt optimale bedingungen der boden quasi für ein feuer in so einem kiefernwald und wenn wir das wissen und dazu noch wissen dass kiefernholz den niedrigsten entflammbar keits punkt aller holzer hat nämlich bei 325 grad fängt kiefernholz wenn es trocken ist an zu brennen egal ob eine flamme da ist oder nicht sprich wenn ihr schafft das ganze 325 grad heiß zu kriegen dann macht's selbstentzündung das nur so als theoretisches hintergrundwissen das wird jetzt in der natur in der regel nicht unbedingt vorkommen dass erst die 325 grad da sind bevor irgendeine initial zündflamme da ist mit einer flamme die schon vorher da ist kann auch bei einer deutlich geringeren holztemperatur schon die verbrennung einsetzen das ist dann ja quasi die aktivierungs energie die flamme wer schon mal was von einer exothermen reaktion aus dem chemieunterricht gehört hat und so weiter und so fort möge sich daran ein bisschen erinnern und rekapitulieren was ich hier von mir gebe ja und jetzt können wir auch dazu kommen wo es denn so brennt in der bundesrepublik und das ist von daher relativ einfach jetzt auch gesagt da wo es viele von diesen besagten kiefernwäldern gibt haben wir auch viel waldbrand und genau da sollte dann in folge dessen auch der buschkrafter wenn er in irgendeiner form mit feuer hantiert was er in der regel ja dann auch nicht darf enorm vorsicht walten lassen wenn ihr mal ein beispiel für so einen wald der sehr feuer gefährdet ist sehen wollt guckt euch ein fast beliebiges video vom survival martin an der schleicht einen wunderbaren kiefernwäldern die zwar schön aussehen rum aber die brennen auch hervorragend dass er da noch nichts angezündet hat nein nein so das ist ja so rund um berlin lustigerweise sämtliche ja stadtbundesländer also berlin bremen und hamburg waren es nur die ist der hamburger hafen bremer hafen noch mal extra aufgeschlüsselt jawohl die haben alle jeweils null waldbrände ich sehe gerade ja doch berlin doch in berlin hat das eine oder andere mal schon gebrannt